foundation Hallo, mein Name ist Daniel Wilmers. Ich möchte Ihnen den neuen Spiderwise 2000 vorstellen. Er ist aus Edelstahl gefertigt, die Spannbanken sind aus speziellem Stahl, danach gehärtet. Hier haben wir eine Aufnahmemöglichkeit, zum Beispiel für Kupferdrähte oder ähnliches. Dann haben wir hier drei Gummis eingefasst, wo man zum Beispiel den Draht oder die Hechel einspannen kann. Die Spannbacken sind 360 Grad drehbar. Ebenfalls ist der ganze Kopf auch 360 Grad drehbar. Der Galgen ist ebenfalls 360 Grad drehbar. Die Spannbacken haben zwei Spannsysteme. Zum einen das übliche und das zweite zeige ich Ihnen jetzt. Nun haben wir die beiden Gummis, die hinten saßen, nach vorne versetzt. Jetzt ist es möglich mit Zeigefinger und Daumen die Spannbacken auseinander zu drücken, den Haken einzuspannen. Jetzt kann ich den noch nachjustieren, mit dieser Stellschraube fixieren und nachspannen. Wie stark die Spannbacken wirklich greifen, kann man in diesem Beispiel gut erkennen. Dies ist ein 6 Nuller Haken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und Petri Hall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.